Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, heute eine irrwitzige Sprühorge. Wir sehen, sehen wir da noch den hier zwischen, hinter der Ampel fliegt noch einer und jede Menge Cam-Trails heute den ganzen Tag wie blöde gesprüht. Ich bin hier unmittelbar vor der Kennedy-Brücke, die sich hier links befindet und wir sehen hier, ja, massen an Cam-Trails. Da hinten sehe ich, der hat einen frischen Streifen, das ist der da. Und da unterhalb der Ampel kommt schon der nächste, aber ich muss weiterfahren. Ende!